Mein Name ist Gregor Wiecki. Ich bin seit zwölf Jahren bei der Firma Glencore und bin hier mal als Applikations-Supporter und Business-Analyst hergekommen. Über die Jahre bin ich in verschiedene Projekte involviert gewesen, zum Beispiel in den Rollout von verschiedenen Handelsapplikationen, habe dann immer mehr auch selber Projekte übernommen und bin heute der Head of Business Applications, also verantwortlich für alle Geschäftsapplikationen von Glencore. Ich befinde mich in einer Schnittstellenfunktion zwischen Business und IT. Mein typischer Arbeitsalltag ist prägt von Meetings und Workshops mit Vertretern der Fachabteilung oder auch mit meinem Team. Oder dann treffe ich mich auch mit Software-Lieferanten, um Verträge zu besprechen oder auch mit unseren Partnern, um aktuelle Resource-Situationen zu besprechen. Mir gefällt das Führen von einem Team, Zusammenarbeit mit dem Team, Lösungen zu finden zu sehr komplexen Problemstellungen und vor allem auch einen Einfluss zu nehmen als Einzelner in einem so grossen und internationalen Umfeld. Das heisst, Entscheidungen können sehr schnell und effizient gefällt werden. Es gibt wirklich wenig Bürokratie und der Einzelne zählt wirklich etwas. Das heisst, jeder kann sich wirklich einbringen, es wird jedem auch zugelassen, wenn er etwas zu sagen hat. Und das ist, meines Erachtens ist das eigentlich recht einzigartig in einer Firma der Grösse der Glencore. Bei uns fühlen sich typischerweise Leute wohl, die ein hohes Mass an Eigenverantwortung mitbringen, die bereit sind, sich auch wirklich persönlich einzubringen und die auch eine hohe Leistungsbereitschaft haben. Das ist Ingelebt Untertitelung des ZDF, 2020